diese holzfliesen die hatte ich ja vor kurzem noch an meiner wand gehabt die habe ich alle abgerissen weil es mir nicht gefallen hat vor allem hatte ich die dummerweise auch gestrichen in so einem weiß grau bläuliche farbton war keine gute idee was ich aber noch machen möchte ist bevor ich überhaupt mit meinem projekt beginnen kann möchte ich hier diese nagellöcher die will ich noch entfernen das wird alles rundum abgesägt die schräge also diese gerungen die kommt weg die oberfläche die muss ja auch verschwinden das muss ja ihren natürlichen farbton bekommen allerdings wird das mit schleifen ich habe es probiert es dauert mir viel zu lange ich habe von den teilen knapp über 100 115 stück ungefähr habe ich davon und da habe ich keinen bock drauf deswegen werden wir das ganze einmal durch den dickenhobel jagen und gucken wie das ergebnis aussieht so legen wir los und haben viel spaß beim video ihr beim zuschauen ich beim arbeiten das hier alles wird richtig schön aussehen habe die höhe jetzt eingestellt auf zehn millimeter wir hatten einen millimeter circa elf millimeter gesamt dicke wo man was probeln hier das ganze mal auf zehn runter jetzt werden die kanten abgesägt so dass wir dann wirklich überall eine saubere fläche haben saubere kanten haben und dann fangen wir mit dem eigentlichen projekt an so jetzt haben wir hier ein dunkles holz und drei helle hölzer wie wir jetzt vorgehen ganz einfach wir setzen uns das brettchen links von dem stift hier einfach nur dran halten hier festhalten und dann vorwärts so Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ziehen wir das Brett hier raus, drehen das einmal um, setzen es wieder hier an und wiederholen den ganzen Prozess. So, jetzt stecken wir das Ganze mal zusammen. Wir haben gesagt, das dunkle Stück kommt nach vorne und das hier sind die Seitenteile. So, man kann jetzt die ausgesägten Stellen ein bisschen nacharbeiten, wenn man möchte. Aber ich werde das nicht tun, das werden wir nach dem Verleimen sowieso komplett schleifen. So, und schon haben wir hier unsere Fingerzinkenverbindung hell und dunkel. Ja, ich mache jetzt mal weiter und wir sehen uns gleich wieder. Ich zeichne mir das mal so grob an, damit ich beim Fräsen oder beim Reinsägen der Nut keine Verwechslung habe. So, das haben wir dann alle vier Seiten. Dann nehmen wir die innere Seite von dem Sägezahn oder vom Sägeblatt. Ziehen wir das Ganze fest, exakt 6 mm, 5 mm hoch und dann loslegen. So, ich mache das Ganze fest, exakt 6 mm hoch und dann loslegen. Die Tiefe haben wir ja auf 5 mm gesetzt. Und ich habe jetzt hier eine Breite von 3,2 oder so. Wie dick ist die BDF-Platte? Die ist 4,1. Müssen wir also noch einen Millimeter, einen Millimeter, den Parallelanschlag vom Sägeblatt entfernen. So sollte das passen. Die BDF-Platte sollte jetzt hier in die Nut reinpassen. Ziemlich genau passt. So, da haben wir unsere kleinen Bretter, die wir jetzt erstmal zusammenstecken und gucken, was passt jetzt wohin. Jetzt will ich selbst ein bisschen durcheinander. Genau. So. Das Problem ist jetzt genau das hier. Weil wir jetzt die Nut durchgehend gesägt haben, haben wir hier am Ende eine Lücke. Die füllen wir aber nachher mit dem selben Holz. Ich habe hier jede Menge Abschnitte, dünne Leisten. Da füllen wir das Ganze nachher auf. Aber, jetzt kommen wir zu dem Maß, was wir ermitteln wollen. Wir nehmen uns einfach ein Lineal, messen entweder von Nut zu Nut. Das wären bei mir so um die 19 oder wir sagen 18,8 oder wir können einfach das Ganze hinlegen. Von Mitte zu der Mitte sind wir ungefähr bei 18,8. Wir machen uns jetzt aus der MDF-Platte 4 Millimeter 18,8 mal 18,8 Stücke fertig. Bauen wir das Ganze erstmal wieder auseinander. Dann setzen wir jetzt einfach mal die einzelnen Teile dran. Es passt. Sieht gut aus. Leim. Am besten legen wir uns auch schon mal unsere Zwingel parat und können dann direkt gleich im Anschluss alles zusammen festziehen. Ja, der ist ein bisschen... Also ihr braucht wirklich nicht, bei so kleinen Kisten braucht ihr wirklich nicht viel Leim. Ich mache das jetzt wirklich so dünn wie möglich. Es braucht wirklich nicht viel... Und auch hier heißt es, wenig ist mehr. Einfach zack, zack, rein. Das ist natürlich jetzt mühsame Arbeit. Wenn man jetzt nur eins von den Dingern machen müsste, ist das kein Problem. Muss man aber wie ich beispielsweise 20 von den Dingern bauen, dann wird es natürlich richtig nervig. Nehmen wir uns jetzt rein. Dieser Brettchen. Das zweite. Nicht zu fest zu hauen, dass wir diese Zinken nicht kaputt hauen. Das wird eine Sauerei, du. Das wird eine Sauerei, Mensch. Nur leicht pressen. Mal ein bisschen hier nass machen, damit den Pinsel den überschüssigen Leim einfach abwischen. Jetzt heißt es erstmal abwarten, bis der Leim abgebunden hat. Dann können wir gleich nämlich schleifen und dann gucken, wie wir die Lücke da gefüllt bekommen. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch sagen wollte. Bevor der Leim komplett hart wird, trocknet oder abbindet, kurz davor, wo der Leim noch so leicht matschig ist, also nicht flüssig, sondern matschig ist, da nochmal mit der Schleifmaschine, genau an den Stellen nochmal drüber gehen, gerade an den Verbindungsstellen, so habt ihr nämlich den Schleifstaub, der mit dem Holz, mit dem Farbton entsteht, auch direkt die ganzen Lücken gefüllt. Jetzt werde ich erstmal warten und dann sehen wir uns gleich, wenn es soweit ist. Dann schleifen wir mal schön drüber und gucken uns das Ergebnis an. Jetzt können wir nämlich hingehen. Von der Höhe her passt es exakt. Das bedeutet, wir können jetzt loslegen. Ja Mensch, das ist aber echt cool geworden, ey. Das war jetzt echt eine gute Idee mit dem Bandschleifer. Das hat echt super funktioniert. Nehmen wir uns mal jetzt 120er Schleifpapier. Ja. 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 So, jetzt habe ich hier einen Streifen zugesägt in Sägeblattstärke. Das sind 3,1-3,2 Millimeter. Ich schaue mir das jetzt mal an, ob das von der Breite her passt. Von der Breite her passt es. Jetzt muss ich einfach nur noch die Dicke anpassen. Und dann werden wir uns das gleich mal hier schön rein pressen. Aber ein wenig werde ich noch mit dem Messer nacharbeiten. Ja. 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 Das war's. Das ist die Stelle, die ich jetzt gefüllt habe. Auf der anderen Seite habe ich das auch schon gemacht. Das ist genau die Stelle hier. Hier war das Loch. Und so können wir schön die Lücken füllen. Übrigens war das die Idee aus der Community. Da hat mir jemand auf Instagram geholfen. Hat gesagt, Ali, geh hin und füll die Stellen einfach mit so dünnen Holzstäben. Es wird natürlich ein bisschen mühsam sein, aber es lohnt sich, weil man nämlich hier kaum noch was sieht. Jetzt tragen wir etwas Öl auf und schauen uns das Ergebnis an, wie es geworden ist. Ey, das sieht echt cool aus. Richtig schön. Richtig hübsch. So, zum Abschluss werden wir jetzt hier die Griffe einbauen. So, dann nehmen wir uns hier mal so ein Reststück. Ja, so ein Multiplex-Reststück. Setzen das hier oben an. Hier würde ich ansetzen an der Kante. Dann gehen wir mit dem Anschlagwinkel dran. So würde ich das jetzt erstmal festhalten und hoffen, dass es auch so bleibt. Dann machen wir jetzt uns ein Loch rein, eine Markierung und schrauben wir jetzt das Teil da rein. Einmal. Und schon ist das Ding fertig. Ihr habt gesehen, dass es gut funktioniert hat. Es ist optisch schön. Es hat schon ein bisschen durch den dunklen Farbton und auch mit dem Griff hat das wirklich so einen rustikalen Look bekommen. So sieht das ganze Stück jetzt aus. Ja, die Zinken, die Fingerzinken kann man mitleben. Und davon werde ich jetzt noch 19 weitere machen. Ihr habt gesehen, was das für ein Aufwand ist. Dennoch hat sich der Bau dieser Kiste gelohnt. Im zweiten Teil werdet ihr dann sehen, wie ich den Korpus dazu baue und das gesamte Ergebnis zu zeigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald im zweiten Teil wieder. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns bald. Tschüss. Vielen Dank.